Hey Leute und ein herzlich willkommen bei X-CasaTV. Ich grüße euch zu einem etwas traurigen Video. Wie soll ich anfangen? Ich habe damals am 22.02.2016 mit YouTube angefangen. Und das mit Leidenschaft und Spaß. Mit einem Kanal, der mir sehr viel im Herzen liegt. Und ihr kennt diesen Kanal nicht, aber ich... Der Kanal hat mit mir sehr viel überstanden zusammen. Und diesen Kanal will ich hier zur X-CasaTV holen. Und mit euch hier weiter das machen. Ich habe damals mit YouTube angefangen, weil meine Schwester vom Jugendamt weggenommen worden ist. Um meine Zeit zu verarbeiten. Um mein Leben damit zu gestalten. Manche Leute ist es aufgefallen, dass auch ich sehr traurig wirke, wenn ich über diesen Kanal halt Videos mache. Und das stimmt. Weil dieser Kanal nicht mit Liebe von mir gesteuert wird. Und das will ich ändern, wenn ich den Namen jetzt so wieder umbenenne. Unter den Namen, wie ich ursprünglich damals hieß. Und ich hoffe, ihr begleitet mich mit mehr Freude auf dem Kanal. Und deswegen werdet ihr dieses Video hier sehen und als Abschied nehmen müssen. Ein Abschied von X-CasaTV und um ein besseres und schöneres Kapitel zu sehen. Und bitte, dieser Kanal wird mehr in Kind reingesteigert und mehr kindlich gestaltet. Und dann seht ihr, wie viel Freude ich wirklich mit YouTube habe. Unterstützt mich. Bis dahin.